Dieser Bundesregierung ist gelungen, was Vorgänger Regierungen nicht geschafft haben. Im Ministerrat wurde die neue, bundeseinheitliche und gerechtere Mindestsicherung beschlossen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von FPÖ-TV Direkt. Seit 2012 haben sich die Ausgaben für die Mindestsicherung fast verdoppelt. 62% der Mindestsicherungsbezieher haben Migrationshintergrund. Das wird sich nun ändern. Eine Einwanderung in unser Sozialsystem soll künftig nicht mehr möglich sein. Denn nur wer die deutsche Sprache ausreichend beherrscht, erhält die volle Mindestsicherung. Profitieren von dem neuen Modell werden vor allem Alleinerzieher und Menschen mit Behinderung. Eine Lösung, die Integration und Arbeitsbereitschaft fördert und natürlich auch einen Unterschied fest setzt, dass jemand, der arbeitet und Vollzeit beschäftigt ist, natürlich auch in unserer Gesellschaft mehr verdienen soll, als jemand, der eben in der Mindestsicherung sich befindet. Eine langjährige FPÖ-Forderung wird unter unserem Innenminister Herbert Kickl nun umgesetzt. Denn die Koalition sieht bei der Rechtsberatung von Asylwerbern die Agenden an sich. Die neue Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen wird der Garant für eine objektive und realistische Rechtsberatung im Asylverfahren. Die neue Agentur bedeutet mehr Effizienz, optimierte Prozesse und damit weniger Kosten für die Steuerzahler. Der Bericht des Internationalen Denkmalrates ICOMOS stellt dem Heumarktprojekt der rot-grünen Wiener Stadtregierung ein vernichtendes Zeugnis aus. Mit dem Bericht bestätigt sich auch die Linie der FPÖ, die sich schon immer für die Sicherung des Weltkulturerbes der Stadt Wien eingesetzt hat. Deswegen stehen wir dazu, dass das Projekt in der jetzigen Form zurückgezogen wird. Und wenn das nicht passiert, dann soll die Bundesregierung eine Weisung erteilen, dass das Ganze auch die richtigen Wege bekommt. Das war die aktuelle Ausgabe von FPÖ-TV direkt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020